Die X-Wagen der Deutschen Bundesbahn, Personenwagen für S-Bahnen inklusive Steuerwagen, kommen als detaillierte Epoche 4 Modelle von Pico in den Fachhandel. Die Waggonhersteller Düwak und MBB bekamen 1978 von der Deutschen Bundesbahn den Auftrag, einen Wendezug Rhein-Ruhr zu entwickeln. Als Triebfahrzeug waren Elektrolokomotiven der Baureihe 111 vorgesehen. Im gleichen Jahr wurden bereits die ersten Prototypen der zweite Klasse Wagen BX 794.0 und der Steuerwagen Bauart BXF 796.0 zur Erprobung an die Bundesbahn übergeben. Die erste zweite Klasse Wagen ABX 791.0 folgten Anfang 1979. Nach den ersten Vorserienwagen erhielt die Bundesbahn zwischen 1981 und 1984 insgesamt 21 Serienfahrzeuge, 9 orangefarbenen Farbschema für S-Bahnen. Um weiteren Bedarf an S-Bahn Wagen zu decken, wurden 1989, 1991 und 1995 zusätzliche Serien der bewährten X-Wagen von der Deutschen Bundesbahn bzw. der Deutschen Bahn AG in Dienst gestellt. Die Pico X Wagen der Deutschen Bundesbahn sind eine komplette Neukonstruktion. Angeboten werden diese Wagen als erste zweite Klasse mit der Artikelnummer 58502, als zweite Klasse Wagen mit der Artikelnummer 58500, sowie der Steuerwagen zweite Klasse mit der Artikelnummer 58501. Die Wagen bestechen durch feinste Detaillierung sowie saubere und trennscharfe Bedruckung. Die Pico X Wagen der Deutschen Bundesbahn überzeugen unter anderem mit extra angesetzten Gummiewulsten und Drehgestellfederungen. Der Steuerwagen verfügt darüber hinaus über angesetzte Sandfallrohre, Griffstangen an den Lokführertüren sowie Auftritte und Scheibenwischer. Der Steuerwagen besitzt eine LED-Beleuchtung mit sehr guter Leuchtkraft. Der digital schaltbare Lichtwechsel weiß-rot ist über eine Schnittstelle mit Nachrüstung des Pico Funktionsdecoder Artikelnummer 56124 möglich. Die Zugzielanzeige sowie die Führerstandsbeleuchtung ist ebenfalls digital schaltbar. Die Innenbeleuchtung kann beim Steuerwagen mit der Artikelnummer 56292 sowie bei den reinen Sitzwagen mit der Artikelnummer 56291 optional nachgerüstet werden. Passend zu den X Wagen bietet Pico den Wunsch vieler H0-Bahn nach Zeichen der Eureihenешь an mit der Artikelnummer 511844 und in der Wechselstromversion mit der Artikelnummer 518045 und in S-Bahn Lackierung an. Mit den attraktiven Modellen der X-Wagen erfüllt Pico den Wunsch vieler H0-Bahner nach zeitgemäßen, fein detaillierten Modellen dieser wichtigen Wagenfamilie. Mit den X-Wagen von Pico können Modellbahner realistische S-Bahn-Züge der Bundesbahn der Epoche 4 nachbilden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020